Anst, da lag ich auf der Wiese, da entspann sich ein Traum in mir. Da war ne Welt, ne Welt so wie diese, aber da war was anders als hier. Da sah ich Menschen, die waren groß und klein und die erzählten sich irgendwas. Sie wirkten total vertraut, zugewandt und entspannt und irgendwie berührte mich das. Tief in mir entbrannte der Sehnsuchtfeuer, die zog mich wie in Sog dahin. Und ich fragte sie, sag mal, wie macht ihr das? Und da wurde es plötzlich ganz still. Da drehte sich einer zu mir um und der sah mich an mit offenem Blick. Das ist kein Geheimnis, nur ne Herzensentscheidung. Wir wollen auch nie mehr zurück, weil wir Liebe sind und auch Sterne und Staub und ein Teil vom Grenzen und auch eins. Weil wir die Lebensweise gemeinsam gehen und nie mehr runden, jeder macht es ein bisschen. Weil wir achten sind und bewusster leben und glücklich sehen, leicht vergeben. Weil unsere Seele, das schwingt und das klingt, so mag wir jetzt leben, am heutigen Tag. Weil wir nicht fragen, um sofort ne Antwort zu finden. Weil wir spielen, forschen, lernen mit Kindern. Weil ich mehr an Beutern, so setzte ich mich, alle machten Platz. Niemand wollte mich hindern. Die Schule, die haben wir längst abgeschafft, dieses alte bewertende System. Weil wir lernen doch so gerne aus eigenem Antrieb. Und Schule gilt alle guten Ideen. Kinder sind hier sehr angesehen. In gleicher Würde leben wir hier. Denn damit es hier weiterhin friedlich bleibt, ist das der Mondstein und der Sahne dafür. Weil wir Liebe sind und auch Sterne und Staub und ein Teil vom Grenzen und auch eins. Weil wir die Lebensweise gemeinsam gehen und nie mehr runden, jeder macht es ein bisschen. Wir haben beschlossen, die Tiere zu schätzen, die Pflanzen, das, was uns umgeht. Ja, wir schauen jetzt hin und erinnern uns daran, das zu schützen, was man liebt. Hier gibt's ein Grundeinkommen, das ist bedingungslos, denn Freiheit ist ein teures Gut. Wir sind es uns wert, glücklich zu leben, in Würde voll von Träumen und Mut. Und jeder ist uns hier willkommen. Illegal und fremd gibt's hier nicht. Unsere Begegnung, wenn sie freundlich sind und voller Respekt hast. Wir missen uns, haben kein Gewicht. Weil wir Liebe sind und aus Sterne und Staub und ein Teil vom Grenzen und auch eins. Weil wir die Lebensweise gemeinsam gehen und nie mehr runden, jeder macht es ein bisschen. Weil wir Achtzeit sind und bewusst erleben, uns wirklich seelrecht vergeben. Weil unsere Seelen schwingen und es klingen, so mag wir jetzt leben am heutigen Tag. Ich erwachte im Gras und ich dachte, boah ey, das ist, das will ich auch. Komm, wir machen die Welt, wie sie uns gefällt und leben raus aus dem Herzen und dem Bauch. Weil wir Liebe sind und aus Sternen und Staub und ein Teil vom Grenzen. Und doch eins, weil wir die Lebensweise gemeinsam gehen und nie mehr runden, jeder macht es ein. Wir wissen, woher wir? Ja da, 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 ta, 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 dra. La 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 la